Die zu veräußernde Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich in Berlin-Mitte. Die Wohnung wurde 1905 erbaut und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer und eine Gäste-Toilette. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Die Erdgeschosswohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 49 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 169.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Auf Wiedersehen.